... gefahren, damit er dich nicht nochmal überfährt. Lebst? Ich hab dich eigentlich wiederbelebt, aber... Ja, ich sehe mich selbst von unten, wie ich mich drehe und nachlade. Soll ich nochmal umbringen? Ja. Zieh dich da mal weg. Ja. Die Kamera steckte unten unter dem Felsen. Der hat mich da reingefahren. So. Ja, der brauchte wahrscheinlich noch für seine Quote Patienten... Äh, Janne, Janne, Janne. Direkt vor dir drei Mann. Ja, aber... Weiß? Er hat mich dann nicht verarztet. Ich werde jetzt nicht alleine die Straßesprecher ärgern. Ne, ich hab den... den Bug. Na gut, plötzlich kam... Kamerabug. Ich werde jetzt einfach hoffen, dass sie mich nicht gesehen haben. Haben sie nicht, haben sie nicht. Warum auch immer. Kann ich dir wohl nicht helfen, ne? Bleib hier. Pass auf meinen Scheiß auf. Dafür muss er einmal raus und wieder rein. あります mich einfach so 길ig. Und jetzt finde ich sie Kernć THRN. Und dann bin ich dann longest für's Tuesday woanders her. Das macht östlich. Undhin doch, wenn du was, eine ganze Zeit hinzulebt. Vielen Dank.